hallo hier ist user paul mit dem thema firefox os den ton einstellen um zu den toneinstellungen zu gelangen geht man wie folgt vor man geht zu den einstellungen wandert ein bildschirm nach rechts zieht also nach links klickt auf einstellungen geht in den bereich personalisierung hier gibt es den eintrag ton einfach draufklicken hier gibt es jetzt die einstellungen vibrieren man kann ebenso die lautstärke vom klingelton und von den benachrichtigungen einstellen ebenso kann man die lautstärke vom alarm einstellen man kann sich einen klingelton aussuchen sie gibt es mehrere möglichkeiten voreinstellung ist classic courier ok und wieder zurück und ebenso kann man hier firefox auch noch sagen wann ist denn ein akustisches signal geben soll zum beispiel beim bildschirm ansperren beim senden einer nachricht oder beim knipsen von einem foto oder wenn man eine taste benutzt das war user paul von open screencast ciao und viel glück